Wenn wir uns berühren, dann fällt sie bestimmt noch nicht mal auf. Ja, beide schwarz für Karin, zwei Zucker. Aber ich fühl es so wie ein Sturm auf meiner Haut. Und du hörst mir zu. Ich sag, du hast jetzt auch ein Gefühl. Aber das eine kommt nicht auf. Was soll ich machen? Ich seh in deinen Augen, so viel von mir siehst du mich auch. Und wenn ich dich frag, was das hier für dich ist, Sie sind eine erwachsene Frau. Was hat denn das gemeint? Und wenn ich dir sag, dass du viel mehr für mich bist, mach ich dann alles kaputt, mach ich dann alles kaputt. Alles kaputt. Mach ich dann alles kaputt. Alles kaputt. Mach ich dann alles kaputt. Alles kaputt. Lieber steig ich ein. In den letzten Bus. Ich fahr so weit ich kann. Und bin dich wieder los. Ich glaub, es war auch irgendwie da in irgendwas. Wenn ich dir sag, dass du viel mehr für mich bist, mach ich alles kaputt.